Shinra-Tensei Ja, ich habe einen komischen Fleck, aber ich denke, ich bin okay. Fleck? Was ist das? Habe ich auch so einen? Also, es sieht nicht danach aus. Gut. Aber, was ist mit dir und Himawari? Schon gut. Ich gehe mit Himawari ins Krankenhaus, falls etwas sein sollte. Okay, tu das bitte. Was zur Hölle ist passiert? Es ist so viel los. Da wird Papa kaum nach Hause kommen können. Meine Güte, ganz gleich wie hochentwickelt Ninja-Werkzeuge auch sein mögen, so etwas können sie noch nicht. Die große Revolution des Schmerzes steht bevor. Okay. Die Ninja-Werkzeuge Zero-Booted Feuerschein, du kannst nun auch die neue Episode unheimliche Stille spielen. Ich habe alles, was man machen kann auf S, trotzdem nur 20% wäre und 28% der Story abgeschlossen sind. Die muss ich wahrscheinlich jetzt machen, ja die drei mache ich dann noch, die sind jetzt. 20 Tafakorn wurden dann hierzu dreimal, das ist doch genau derselbe Wumms. Das sieht so komisch aus mit Braun. Also, wir können die Schmerzes kommen. Gern oder Chimaru. Oh, Schraunkanon kommt auch nicht mit Puppen klar. Und meine 20 Tropfer-Kombo. Oh, nein, ja komm, verwandelt den hier. Also, beziehungsweise Wache. Oh, das war's. Lass ihn dir auf der Zunge zergehen, du Schlange. Die passen. Dass er das gerade sagt, wenn er gegen Sasori gegen Oshima kommt. Du bist doch allenfalls drittklassig. So. Gegen Jiraya dreimal Nenjutsu-Treffer. Nimm Tobi mit dem Minenfeld. Ich mach das Minenfeld von Tobi. Nenjutsu-Treffen. Oh, auf dem Hiopoku. Der sieht schön aus. Und so. Da war Tobi noch ein lustiger Charakter, als er die Orangenmaske hatte. Woher wir die durch. Bumm. Bumm, bumm. So. Oh. Riesenfeld Jutsu. Riesenfeld Jutsu. Alles ist bereit! Ich bin gut, wenn es notwendig ist. Ich denke, das ist das ultimative Ende. Ich hab gedacht, du wärst richtig zäh! Kräutenstofftier Und mit einer Geheimtechnik erledigen Nehmen wir mal Cushino Die Frage ist, was sie jetzt bei dem Menü suchen So So, nicht Klapp, was willst du eigentlich? Oh Ich habe vergessen, die macht Cushino noch mehr Okay Na noch nicht Jetzt aber Ich hatte Cushino schon mal verwendet, okay Kurz wissen Zeit, kämpfen wir diesen Rang absolvieren, unerwartend nicht die höheren Ränge, okay Jetzt kommt der B-Rang, da kann man auch nochmal machen Gai, Itachi, Ibinato Treffer-Kombo, Hitsu, Ultimate Wem kann man schnell eine Kombo machen? Ich mag da Hattori Warte, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gespielt hatte oder nicht Ich meine, ich muss irgendwie im Verlauf des Spiels 100 Ninja kämpfen Deswegen versuche ich alle, die auf Rang 1 sind gerade Das war ganz knapp Ach, ne, nö, 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 nö Aber mein Ninn jetzt und ich auch bei knapp 20 Treffer-Kombo Sonst wechsle ich den. So. 16, 16, 17, 18, 19, 20. Sack. So. Da rennt um meine. Und schwarzer Panther. Geil, dein Ernst? Naja, den S kann ich auch später nochmal holen. Oh, ich hab den S lang sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. So. Das mit dem Niniozu dreimal treffen. Ein schönes Ninios mit dem man dreimal treffen kann. Zwergen-Ubido mit Feuervorsteck. 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 Dann haben wir Kit-Ubido gegen die Itachi-Utiho. Oh Gott, was? So. Und Feuervorsteck. So. Und Feuervorsteck. So. und tschüss du wirst dich mit verwandeln und das kann ich das schon mal nicht ernst nehmen fast alle eine epische stimmung dann die tage ob du so minato hole ich mir noch mal und der und finden ja man dort eine coole holte aber ob ich damit auch einen Minato treffe... wer weiß... wer weiß das schon okay da macht er das bleib stehen da ist der Hoppla als auch den Willen des Feuers in mir. Ja, man tut das glückte Experiment von Orochimaru. Hat das halt versteckt drauf. Es gibt einen Gewinner. Ich habe mich zwar etwas gehalten. Ja, ja, du hast dich zurückgehalten. Nichts klar. Minato, nee, Landtunamika. Jetzt sehe ich schon wieder irgendwas. Obere Ringe freigeschaltet. Sehr schön. H-Rang-Mission. Pain, Obito, Krieg und Tobiadama. 20 Teifer-Kombo, Geheimtechnik. Ja, kann man noch machen. Ok, das ist schnell. Mit dem kann man das mal versuchen. Scheiße, Dreck. Mit der Granatwende. Mit der Brichwurmung meint ich. Nein, das war mal der Bombenkugel. Sehr schön. Tobi, Ninjutsu, Dreimaltreffen. Und Tobiadama mit Ult beenden. Ich werde Tobiadama gegen Tobiadama kämpfen lassen. Ninjutsu, Dreimaltreffen. Nämlich Minato. Ohne Anzug. Ich meine, warum auch nicht. Ah, nein. Ah, nein. So. Ninjutsu einmal. So. Nummer zwei. Ach nee, das war ja mit dem Fliegen. Stimmt ja. So. Und das ist der Fall. Wo auch nicht. Und schurch. Es gibt Dinge, die muss ich schützen. Mit meinem Leben. Ach, muss er das. Und das ist auch der Grund, warum ich ja kein Leben mehr habe. Du warst gut. Aber ich habe... Na, ich hatte schon mal den gespielt. Okay. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist, dass ich Tobiadama gegen Tobiadama angetreten. Kettenbrief. Kenne ich nicht. Glaube ich. Oder kenne ich das? Ja, mit einer Geheimtechnik versiegen und mit mehr als 60% legen. Das ist schon ein bisschen lustig. Zusehen. Zusehen. Zack. Als zweite Hokage zeige ich damit die Stärke meines Willens. Kitten riecht unten! Das ist eine gewöhnliche Technik. Es gibt einen Gewinner. Aber ich war der beste zweite Hokage. Der beste zweite Hokage. Der beste zweite Hokage. So. Und bei S kommen wahrscheinlich Sasuke, Naruto und... Ne, okay. Das sind Chubito, Madara und Hashirama. Okay. Ah, die machen wir aber auch noch. Und dann war es das auch, glaube ich, für diese Aufnahmesession. Ich will wissen... 20 Teile bekommen und eine Nutsu-Geheim-Technik. Okay. Kann sein, dass ich den noch nicht gespielt habe. Kann sein, dass ich ihn gespielt habe. Aber ich weiß es nicht. Scheißen Dreck. Ja-ja. Ich-ja. 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 Du wirst nicht auf Abstand gehen. Abstand, BPA, Abstand! Wie jetzt? Der hat sich einfach komplett gedreht um 160 Grad. Okay, das reicht auch. Ich bin auf Abstand! Ich bin auf Abstand! Erwischen! Ich bin auf Abstand! Was ist denn das? So, geht doch. Ich werde es nämlich sehen. Und erst dann kann man sich ja noch schnell nachholen. Ich bin auf Abstand! Spüre die Kraft von... Boruto Uzumaki! Es gibt einen Gewinner! Aber das wird definitiv ein A, äh... A, ja. B, noch nicht. Das ist noch ein S? Okay. Nehm ich. Brauche ich nicht zu wiederholen. Take ich. So, mit dreimal Ninjutsu treffen. Wer hat ein ekliges Ninjutsu, mit dem man gut treffen kann. Hm... Nämlich Konno Amaru. Konno Amaru gegen Madara. Ich glaube auch. So. So. Und so. Nein, 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 nein. Das geht doch nicht. Aber das ist eigentlich sein anderes außer Rasengan. Ha. Ha. Jutsu der Schattendoppelgänger! Großer Haare Jutsu! Attacke! Du bist völlig ungedeckt! Okay, mal da. Hat Spaß. Verstehe ich. So. nein 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 sehr schön jetzt kann er nochmal mit na gut daneben und tschüss er hat definitiv das Rasengan von Naruto gelernt da fliegen die Gegner auch immer weg Ashiya-Dama mit einer Geheimtechnik mit der man gut treffen kann den kann man gut treffen Mifune ich mag Mifune so ich habe mich Haschirama getroffen du kriegst jetzt den nuklearen Schwertstupfer Schnitt und jetzt kommt der Ultima drüber Schlitz ich habe mich mit dem Okay, mit dem kann man doch nicht gehen. Kein Ult-Treffen. Scheiße, da hatte ich mich vertippt. Aber mit dem Mitsukage, glaube ich. Ich bin gespannt, was die zweite Suze ist. Danke schön, sehr schön. Es ist eine Scheibe. Ich sehe dich schmelzen. Ich sage es dir nicht gern, aber Frauen sind nicht immer sanft. Es gibt einen Gewinner. Die Mitsukage war echt schön. Wann immer ich jemanden in Körper und Geist... ...und dann rein. So, habe ich schon mal vorsichtshalber alle... ...auf es fangen, ja. So, Insta-Kabschluss hilft in der Geschichte des Ninja Heroes, wie es immer eingeht. Okay. Die waren ja jetzt auch nicht so atemberaubend schwer. Was ist denn das? Ach so. Na gut, dann würde ich sagen, war es das fürs Erste. Und man sieht sich das nächste Mal wieder bei der nächsten Aufnahmesession von Naruto Explodo to Ultimate Ninja Storm Connections mit dem dritten Teil der Geschichte, der sich selbst... ...wie von selbst lässt bläht. Ohne Commentary meistens. Na, und dann werde ich noch sagen, tschüss, kommen Sie rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.